Jean-Claude Gaudin ist ein französischer Politiker, Senator des Departements Bouches-Durone, Bürgermeister von Marseille und Präsident der Communaut de Urban Marseille-Provence-Metropole, Leben. Der ehemalige Lehrer für Geschichte und Geografie, der über 15 Jahre unterrichtete, nahm bereits in jungen Jahren am politischen Leben teil. 1965 wurde er das jüngste Mitglied des Marseiller Stadtrats, 1971 wurde er wiedergewählt. 1973 trat er den Republicans' Independence einer liberalen politischen Partei bei. Im darauf folgenden Jahr unterstützte er die Wahlkampagne Valéry Giscard des Teilings des damaligen Parteiführers, der kurz darauf Präsident wurde. Im März 1978 errang er als Kandidat der bürgerlich-liberalen UDF im zweiten Wahlkreis von Bouches-Durone mit 53. 7% der abgegebenen Stimmen einen Wahlsieg gegen den bisherigen sozialistischen Abgeordneten Charles-Emile Lou, den es ihm auch im Juni 1981 zu verteidigen gelang, seine Abgeordneten-Kollegen drängten ihn dann in den Parteivorsitz der UDF. Im März 1982 gewann er auf den ersten Anlauf die Kantonalwahlen im 12. Kanton mit dem Rekordergebnis von 72,82% aller abgegebenen Stimmen. Bei den Kommunalwahlen 1983 in Marseille führte er die Liste der Opposition gegen den damaligen sozialistischen Innenminister Gaston d'Erfeu an, welcher sein langjähriges Amt als Bürgermeister trotz eines Vorsprungs von 2497 Stimmen seitens Gaudin bewahren konnte. 1986 führte er bei der Wahl der Nationalversammlung und den Regionalwahlen die Listen der UDF im Département Bouches-Durone an. In allgemeiner und direkter Wahl wurde er zum ersten Präsidenten des Conseil Regional Provence Alpe-Côte d'Azur gewählt. Zwei Jahre später, nach dem Auflösen der Nationalversammlung, wurde er zum vierten Mal zum Abgeordneten Bouches-Durone wiedergewählt. Immer noch im zweiten Wahlkreis von Marseille mit über 60% der abgegebenen Stimmen. Seine Parteikollegen sprachen ihm erneut ihr Vertrauen aus, indem sie ihn wieder in den Fraktionsvorsitz der UDF in der Nationalversammlung wählten. März 1989 kandidierte er das zweite Mal für das Amt des Bürgermeisters von Marseille, doch sein Versuch scheiterte abeimals. Im September desselben Jahres war er Kandidat bei den Senatswahlen, da er damit rechnete, dass die den Gemeinden näherstehende Haute-Ensemble eine Ergänzung seiner durch sein regionales Amt, dessen Ausübung durch sein Abgeordnetenmandat schwieriger geworden war, gewonnenen Handlungsspielräume erlauben würde. Kaum gewählt half er seinem Stellvertreter, dem Medizinprofessor Jean-François Martey, mit Erfolg dabei, ihn in seinem Stammwahlkreis, Bouches-Durone, zu ersetzen. 1992 erzwang die Erneuerung des Conseils Regional Provence-Alpes-Côte d'Azur eine Wahl. Bei der Gaudin hier gegen den französischen Schauspieler und Geschäftsmann Bernard Tappi und den rechtsextremen Jean-Marie Le Pen antrat. Gaudin gewann die Wahl. Mit einer absoluten Ratsmehrheit von 55 von 101 Stimmen wurde Gaudin am 25. Juni 1995 zum Bürgermeister von Marseille gewählt. Im September wurde er von den republikanischen und den unabhängigen Senatoren zu ihrem Fraktionsvorsitz im Senat gewählt. Am 7. November des Jahres hielt er als Kopf des Ministere de l'Emanagement du Territoire de la Ville de l'Integration. Dass er nach Auflösung der Nationalversammlung Juni 1997 wieder verließ, Einzug in die zweite Regierung des Premierministers Al-Aiope. Am 6. Oktober 1998 wurde er Vizepräsident des Senats. Am 15. September 2000 wurde er zum Präsidenten der neuen Communaut-Urban von Marseille-Provence-Metropole gewählt. Sie war auf seine Initiative hin nach Lyon und Lille als dritte Communaut-Urban geschaffen worden und umfasste 18 Gemeinden und 980.000 Einwohner. 2001 und 2008 gewann Gaudin die Wiederwahl zum Bürgermeister von Marseille. Am 17. November 2002 wurde er zum Vizepräsidenten der konservativen Regierungspartei UMP gewählt. Am 28. November 2004 wurde er wieder gewählt. Es gelang ihm, Marseille 2013 zur Kulturhauptstadt Europas zu machen. Eine Ämterhäufung wie bei Gaudin als Verbindung eines Kommunalen mit einem nationalen Mandat ist in Frankreich häufig die sozialistische Regierung. Hat er allerdings den Kampf angesagt. Auszeichnungen Schäuble des Palmes Akademikwes Ritter der Ehrenlegion Großoffizier des Verdienstordens der Italienischen Republik Offizier des Nationalordens der Republik Côte d'Ivoire Großoffizier des Wissern Ol'Alau'i Kommandeur des Lourdes de Saint-Charles des Fürstentums Monaco Kommandeur des Gregorius-Ordens Großkreuz-Ritter Ritterorden vom Heiligen Grab zu Jerusalem